Angenommen, wir hätten ein ganz schwaches Mikrofonsignal und müssen das erstmal richtig verstärken. Also hier haben wir einen Verstärker, das ist das Schaltzeichen für Verstärkung. Und da geht das Mikrofonsignal rein. U1 gleich 1 Millivolt. So, da geht es rein. Da kommt es wieder raus. U aus gleich 100 Millivolt. So, und wie viel haben wir jetzt verstärkt? Ganz einfach, um das 100-fache. Julian? Was ist das? So, das ist das, was wir jetzt haben. Bis zum nächsten Mal. 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 Hey, are you with me? Bis zum nächsten Mal. 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 Wie? Wie geht's? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.